Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Planet Zoo News bzw. Reaction Video. Die werden jetzt eigentlich schon fast täglich kommen, weil ich möchte immer mit euch mir die neuen Tier-Showcases angucken. Denn bis das DLC rauskommt, das kommt am Dienstag schon raus, werden alle neuen Tiere, also alle fünf neuen Tiere, mit so einem kurzen Showcase-Video auf dem Planet Zoo YouTube-Kanal vorgestellt. Die gehen dann auch immer nur 20 Sekunden, also es werden ganz kurze Videos nur. Wir werden so ein bisschen darauf reagieren und dann ein bisschen mit Stopp-Bildern alles so analysieren, was man so neu sieht. Finde ich immer sehr spannend und falls euch das gefällt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ja, das Original-Video ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr da mal vorbeischauen wollt und auch ein Like, so wie ich da lassen wollte. Wäre auf jeden Fall cool, da freut sich sicherlich Planet Zoo sehr drüber und damit unterstützen wir die auch. Aber jetzt würde ich sagen, schnappen wir gar nicht lange und gucken uns mal das Lama an. Ich bin super gespannt, das ist nämlich auf jeden Fall eins der Tiere, auf die ich mich mit am meisten freue. Geht auch wieder nur 19 Sekunden, also geht super schnell vorbei. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Also das Ganze kommt, glaube ich, hier noch? Ja. Das Ganze kommt natürlich am 7. April raus. Man hat einige lustige Sachen tatsächlich gesehen. Dieser Sprung war cool, wie die sich angesprungen haben. Das Lama hat auch gespuckt und das hat total den Vorderbiss. Das ist mir aufgefallen. Aber wir gehen natürlich nochmal langsam alles durch. Das erste Bild stoppen wir direkt. Perfekt. Ja, hier sieht man nochmal ganz gut diese ganzen neuen Deko-Sachen. Hier sieht man diese Felsen, diese Ranken sind neu. Natürlich diese ganzen Gebäudesachen, diese ganzen Ruinenmauern sehen sehr cool aus. Hier sind auch neue Bäume. Auch diese Bäume fallen natürlich sehr auf. Und hier sind dann auch schon die kleinen Lamas. Auch hier vorne neue Wege. Und wieder riesige Wasserfälle. Ich finde ja, dass diese riesigen Wasserfälle wirklich mega gut dazu passen, zu diesem Azteken-Tempel-Style, den wir mit dem DLC bekommen. Das finde ich mega cool. Ist auch ein cooles Gehege hier. Mit dieser Mauer. Eine coole Idee, wie man das hier gebaut hat. Mega. Das ist ja echt inspirierend. Gehen wir mal in den Wild weiter. Da sehen wir sogar auch wieder ein neues cooles Deko-Element. Nämlich so ein goldenes Lama. Ich glaube, das gibt es auch nochmal in Stein. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, beziehungsweise irgendwo gelesen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Lama ist allgemein ein mega cooles Tier. Oh, da sehen wir zum ersten Mal das Lama. Ich bin schon wieder zu weit. So. Da sehen wir zum ersten Mal das Lama. Hier ist es. Und über ihm thront das goldene Lama. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Sehr plüschig. Hat irgendwie einen sehr schelmischen Blick. Auch so ein kleines Grinsen. Die Ohren sehen süß aus. Ah, das ist ein cooles Tier. Ja, definitiv. Da hinten guckt auch noch so ein Lama. Ah, das seht ihr gar nicht. Oh nein, warte mal. Da hinten, über meiner Schulter, guckt auch noch so ein süßer kleiner Lama-Kopf raus. Sehr, sehr niedlich. So, gehen wir weiter. Hier sieht man es auch nochmal. Könnte das ein Jungtier sein oder ein Weibchen? Weil ich muss sagen, wenn ich das mit dem Lama zuvor vergleiche, hier sieht man nochmal sehr gut, wie plüschig das eigentlich ist. Sieht aber schmal aus. Schaut mal auf den Körper so. So, der hier sieht auf jeden Fall fetter aus. Könnte auf jeden Fall entweder ein Erwachsener sein, das andere ein Kind, aber es sah nicht so klein aus wie ein Baby. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es vielleicht ein Männlein, Weiblein ist. Oder vielleicht haben die auch allgemein immer so ein bisschen andere Formen. Weil jedes Tier bei Planet so unterscheidet sich ja, glaube ich, immer so ein bisschen. Oh, der Baum hier sieht auch cool aus mit der Ranke. Mega. So. Seht ihr das? Das ist auf jeden Fall viel kleiner. Finde ich aber cool. Hier sieht man auch mal diese neuen Felsen noch sehr gut. Sind auch sehr cool. Diese Gemosten. Ach, da ist das Grinsen gesehen. Oh mein Gott, wie cool. Nochmal kurz zurück. Ich versuche mal zu sch... Da sieht man es ganz gut. Guckt euch dieses Grinsen an. Als wenn die beiden gerade über irgendwen lästern oder so und darüber lachen. Und dann diese Öhrchen dazu. Mega cool. Fragt mich, ob die alle nur in weiß sind. Ich glaube aber schon. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, Lamas gibt es auch in verschiedenen Farben. Echt, ne? Hm. Oh, das ist so cool, dieser Sprung. Was machen die denn da? Das habe ich noch nie bei Lamas gesehen. Machen Lamas sowas? Und angejumpe? Wupp. Da haben sie sich angespuckt. Das müssen wir uns auch gleich nochmal angucken. Man kann sich die Sachen auch in Zeitlupe, glaube ich, angucken hier, ne? Guck mal. Wir machen mal ganz langsam. Gucken wir uns mal den Jump an. Den bin ich jetzt ja mal gespannt. Wupp. Das ist ja strange. Mit dem Jumpen. Okay. Wir machen wieder normale Geschwindigkeit. Das ist ja schrecklich. Der Jump ist auf jeden Fall... Habe ich so noch nie gesehen, dass die sich so anspringen, die Lamas. Aber das hier ist, glaube ich, ein Jungtier. Ach, das seht ihr auch schon wieder nicht. Moment. Da muss ich immer dran denken. Das hier ist, glaube ich, ein Jungtier, was ihr jetzt unten am Bildschirm seht. Das hier. Sieht zumindest sehr klein aus. Sind aber echt coole Tiere. Also, könnte wirklich mit mein Favorite sein. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber könnte auf jeden Fall... Ah, das sieht so cool aus. Auch dieses Grinsen, diese Zähne. Und jetzt guckt mal gleich. Das spuckt jetzt gleich seinen Kollegen an. Na, da noch nicht. Da. Habt ihr es gesehen? Boah, das geht mega schnell hier leider in dem Video. Hier, da. Der spuckt gleich hier den rechten an. Hat er da schon. Das war der Blick danach. Hier ist auch nochmal ein cooles Bild. Da sieht man nochmal ganz gut den Kopf. Und jetzt spuckt er ihn gleich an. Pass auf. Und zack. Das machen wir nochmal einmal in Zeitlupe. So viel Zeit muss sein. Oh mein Gott, ey. Nehmen wir mal 0,5. Ja, let's go. Da kauen sie vor sich hin. Und da. Habt ihr es gesehen? Boah, der Frechdachs. Richtig, richtig frech. Aber cool. Cool, dass die das können. Vielleicht können die ja auch Gäste anspucken, wenn die zu nah an diese Schauposten gehen. Also wenn die zum Beispiel hier am Geländer stehen. Vielleicht können die die dann auch anspucken. Würde ich auf jeden Fall mega feiern. So, lass mal nochmal durchlaufen. Zack, angespuckt. Ja, wirklich toll, ne? Auch das Gehege ist super wunderschön. Und das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Tier. Gefällt mir richtig gut. Ähm, dass es nur in einer Farbe ist, finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde die Weißfarbe ist auf jeden Fall mit Abstand die beste Farbe für ein Lama. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Sieht aber schon alles sehr cool hier aus, muss ich sagen. Ich freue mich richtig darauf, mal wieder selber ein Zoo zu bauen, wenn das neue DLC rauskommt. Das werde ich auf jeden Fall mit euch machen. Ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Lama findet. Schreibt euch nochmal ein schönes Bild. Oh, ich wollte nicht auf Play drücken. Nochmal noch ein schönes Bild. Da sieht man es nochmal. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das neue Lama findet. Ich finde es mega cool. Könnte auch mein Favorit werden. Aber das werden wir dann herausfinden, wenn es soweit ist. Wenn wir die Tiere dann mal alle ausprobieren können. Also am Dienstag oder Mittwoch. Und dann werde ich euch auf jeden Fall auch mitteilen, welches von den neuen Tieren mein Lieblingstier sein wird. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Däumchen freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandi. Und dann geht's euch noch ein Däumchen.